Nu oder NUS ist ein Begriff der antiken griechischen Philosophie. In der philosophischen Fachsprache bezeichnet der Ausdruck die menschliche Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen, und die Instanz im Menschen, die für das Erkennen und Denken zuständig ist. Außerdem hat das Wort im allgemeinen Sprachgebrauch auch andere Bedeutungen. Im Deutschen wird Nu meist mit Geist, Intellekt, Verstand oder Vernunft wiedergegeben. Die gängigste lateinische Entsprechung ist Intellektus, doch werden auch Mins, Ratio und Ingenium als Äquivalente verwendet. In metaphysischen und kosmologischen Lehren, die von einer göttlichen Lenkung der Welt ausgehen, wird als Nu auch ein im Kosmos wirkendes Prinzip bezeichnet, die göttliche Weltvernunft, Etymologie und verwandte Begriffe. Die Etymologie des Wortes Nu ist in der Forschung umstritten. Eine älteren Hypothese zufolge ist es von einer erschlossenen Form Sigma Nu Omikron Omikron Sigma abzuleiten, die mit Schnüffeln im Sinne von eine Gefahrwittern zusammenhängt. Demnach handelt es sich um das Erfassen eines Sachverhalts aufgrund von Sinneswahrnehmung. Nach einer neueren Forschungsmeinung besteht ein Zusammenhang mit Naomi und Nostus. Das zugehörige Verb ist Nu Omikron Epsilon Nu. Zur selben Wortfamilie gehören weitere philosophische Begriffe. Noesis mit dem zugehörigen Adjektiv Noetisch, Noetik, Noema, Numenon und Dianoia. Während im griechischen Dianoia oft eine Dianoetische Denkweise bezeichnet, ist mit Nu häufig speziell ein intuitives, noethisches Denken gemeint. Somit entspricht Dianoia eher dem deutschen Begriff Verstand, nur eher dem deutschen Vernunftbegriff. Der Sprachgebrauch in den antiken Quellen ist allerdings nicht einheitlich und nicht immer klar. Der Nu als Instanz im Menschen. Vor sokratische Zeit das Substantiv Nu und das Verb Nu ein kommen schon im vorphilosophischen Sprachgebrauch der Acharschen Zeit vor. Inwieweit mit diesen Ausdrücken damals klare, differenzierte Vorstellungen verbunden waren, ist nicht genau bekannt und in der Forschung umstritten. Humor verwendet Nu ein auch in Zusammenhängen, wo es um Sinneswahrnehmung geht, beispielsweise in der Aussage er wurde mit den Augen gewahr. Die Sinneswahrnehmung ist bei ihm eng mit der Verarbeitung der von ihr gelieferten Eindrücke verbunden. Die Sinnesorgane sind gleichsam Werkzeuge des Denkens. Die Tätigkeit des Nu erscheint als der geistige Aspekt des Wahrnehmens, den man mit Innewerden oder Realisieren wiedergeben kann. Trotz der engen Verknüpfung der Sinneswahrnehmung mit ihrer Auswertung unterscheidet Humor aber auch zwischen der Wahrnehmung als solcher und dem von ihr veranlassten Begreifen, beispielsweise der Erkenntnis, dass eine wahrgenommene Situation gefährlich ist. Für diesen homerischen Nu ist charakteristisch, dass er nicht analysierend erwägt, sondern die Situation unmittelbar erfasst und eine angemessene Reaktion veranlasst. Daneben kann Nuss bei dem Dichter aber auch das Denken eines Menschen bezeichnen, der einen inneren Monolog führt, der sich etwas ausdenkt und etwas plant. Die philosophische Begriffsverwendung knüpfte an die Umgangssprachliche an. Auch in philosophischen Texten ging es um das richtige Verständnis dessen, was dem Wahrnehmbaren als Realität zugrunde liegt. Das Ziel der Philosophen war aber nicht wie bei den Gestalten Homers das handlungsorientierte Erfassen einer Absicht oder der Bedeutung einer gegebenen konkreten Situation, sondern Einsicht in eine hinter dem Augenschein verborgene Wirklichkeit. Vorsokratische Philosophen wie Empedokles und Demokrit grenzten das Denken nicht klar als Fähigkeit oder Tätigkeit besonderer Art vom Wahrnehmen ab. Sie betrachteten es ebenso wie das Wahrnehmen als körperlichen Vorgang, bei dem materiell Gleiches von Gleichem erfasst wird. Das machte ihnen später Aristoteles zum Vorwurf. So glaubte Empedokles, dass um das Herz fließende Blut sei der Träger der Denkkraft. Er meinte, das Blut sei der am besten gemischte Stoff und daher als Sitz der Erkenntnis geeignet. Heraklit stellte polemisch fest, viel Wisserei führt nicht zu Verständnis. Damit meinte er, eine bloße Anhäufung von Kenntnissen verleihe keine tiefere Einsicht. Solche Einsicht sprach er den weitaus meisten Menschen ab. Die Voraussetzungen für eine klare Unterscheidung von Sinnesaktivität und Denktätigkeit schuf Parmenides. Er bestimmte als alleinigen Gegenstand des Denkens das zeitunabhängig Seinde, dessen Gegensatz zum Bereich der vergänglichen Sinnesobjekte er betonte. Nach seiner Lehre existiert nur das Überzeitliche und daher Unwandelbare wirklich. Die Welt der veränderlichen Dinge ist unreal und ihrem Wesen nachtrügerisch, sie kommt somit nicht als Objekt eines Denkens. Das zu wahren Aussagen führen soll in Betracht. Das überzeitliche Sein hingegen kann vom Denken adäquat erfasst werden, da Denken und Sein die gleiche Beschaffenheit aufweisen und eine untrennbare Einheit bilden. Daher ist der nur diejenige Instanz im Menschen, die auf sich allein gestellt zur Wahrheitserkenntnis befähigt ist. Von dieser Fähigkeit macht der Denker Gebrauch, wenn er sich dem Unveränderlichen Sein zuwendet. Dabei setzt er auch diskursives, folgerndes Denken ein. Nach der Lehre des Parmenides ist nicht nur das unmittelbare Erfassen des Seins, sondern auch logisches Schließen eine Aktivität des Nu. In der Forschung seit langem umstritten ist die Frage, was bei Parmenides die genaue Bedeutung des Verbs Nu ein ist. Manche Philosophie-Historiker sehen darin in erster Linie ein Erkennen als unfehlbares intuitives Erfassen der Wahrheit, daher sei Nu ein, wie schon. Martin Heidegger in seiner Parmenides-Interpretation darlegte, eigentlich nicht mit Denken angemessen wiederzugeben, sondern eher mit Erkennen. Heidegger übersetzt es als Vernehmen, da es ein reines anschauendes Vernehmen von etwas Vorhandenem in dessen purer Vorhandenheit sei. Diese Forscher berufen sich auf die Behauptung des Parmenides, es gebe kein Nu ein des Nichtseinden. Sie meinen, mit Nu ein könne somit kein Denken gemeint sein, denn etwas Nichtseindes könne durchaus gedacht werden. Eine andere Forschungsrichtung zieht die Übersetzung Denken vor und weist darauf hin, dass Nu's und Nu ein bei Parmenides durchaus irrtumsfähig sind. Festzuhalten bleibt, dass Parmenides dem menschlichen Nu ein die Fähigkeit zur korrekten Erfassung seines Gegenstands des Seinden zuschreibt. Doch nur unter Voraussetzungen, die nicht von vornherein gegeben sind, sondern vom Denker erst geschaffen werden müssen, Platon. Platon greift den Ansatz des Parmenides auf und arbeitet eine scharfe Unterscheidung zwischen den körperlichen Objekten der Sinneswahrnehmung und einem rein geistigen, nur dem Nu zugänglichen Bereich heraus. Unter Nuyses versteht er das höchste Erkenntnisvermögen, diejenige Betätigung des Nu, mit der dieser das Unwandelbare Seinde unmittelbar und wirklichkeitsgemäß erfasst, unabhängig von jeder Sinneswahrnehmung. Dazu sind grundsätzlich alle Seelen von Natur aus befähigt, doch diejenigen, welche sich mit Körpern verbunden haben, haben dadurch meist die noethische Erkenntnisfähigkeit verloren. Das gilt für die Seelen der Tiere, aber auch für die weitaus meisten Seelen der Menschen. Eine Wiedererlangung der eingebüßten Fähigkeit hält Platon für möglich, den Weg dazu bietet für ihn die Philosophie. Der noethischen Erkenntnisweise, die allein echtes Wissen vermittelt, ist im Platonismus die Dianoya untergeordnet. Die Dianoya, zu der das teilweise wahrnehmungsbezogene Denken der Mathematik erzählt, kann zwar auch zu Wissen führen, doch ist sie irrtumsanfällig, weil sie auf trügerischen Sinnes eindrücken und unbewiesenen Voraussetzungen fußt. Alles Denken, das sich nicht ausschließlich auf Nichtsinnliches richtet, erzeugt nur eine unzulängliche, möglicherweise falsche Meinung. Platon ist der Überzeugung, dass der Nu stets an eine Seele gebunden ist, ohne die er nicht existieren kann. Im Rahmen der natürlichen Ordnung des Seelenlebens beherrscht und lenkt der Nu die Seele. Sofern er die ihm zustehende Lenkfunktion tatsächlich ausüben kann, handelt der Mensch besonnen und ethisch korrekt. Fehlverhalten ist auf eine Störung der innerseellischen hierarchischen Ordnung zurückzuführen. Aristoteles Wesentliche Teile der Nulllehre des Aristoteles sind in seinen Werken nur skizzenhaft dargestellt, nicht systematisch ausgearbeitet. Und die Übertragung seiner Begriffe in moderne Terminologie ist problematisch. Daher ist die Interpretation zentraler Elemente in der Forschung umstritten. Für Aristoteles ist der Nu als Denkvermögen der oberste Seelenteil des Menschen, definiert als das, womit die Seele denkt und Annahmen macht. Dieser Teil ist nur in der menschlichen Seele vorhanden. Während das Wahrnehmungsvermögen auch den Tieren und die für die Ernährung zuständige Funktion der Seele allen biologisch beschreibbaren Lebewesen zukommt, Nicht nur tatsächliche Erkenntnisse, sondern auch falsche Meinungen werden ausschließlich vom Nu hervorgebracht. Die Fähigkeit der Tiere, sich aufgrund ihrer Wahrnehmungen situationsgerecht zu verhalten, führt Aristoteles auf eine besondere Funktion des tierischen Wahrnehmungsvermögens zurück, die sich ihrem Wesen nach von der Tätigkeit des menschlichen Nu unterscheidet. Der Nu ist selbst formlos, er weist keine vorgegebenen Inhalte auf und hat keine eigene Natur und kein ihm zugeordnetes Organ. Aristoteles vergleicht ihn mit einer leeren Schreibtafel. Wegen dieser Unbestimmtheit ist der Nu in der Lage, alle Formen in sich aufzunehmen, er verfügt also der Möglichkeit nach über sie. Erst wenn er eine bestimmte Form denkend aufnimmt, wird aus der Möglichkeit hinsichtlich dieser Form Wirklichkeit. Der Nu wird jeweils das, was er denkt, solange er es denkt, für alles Nichtmaterielle gilt, dass Subjekt und Objekt des Denkens identisch sind. Im Unterschied zu den beiden anderen Seelenteilen ist der Nu nicht mit dem Körper vermischt, sondern autonom. Doch benötigt er für seine Tätigkeit die Vorstellungen, die der wahrnehmende Seelenteil hervorbringt. Die ernährende und die wahrnehmende Seele existieren von Anfang an nur in Verbindung mit dem Körper. Der Nu hingegen zeichnet sich durch ein vom Körper unabhängiges Dasein aus, er kommt von außen her in den Körper. Aristoteles verwirft die Ansicht, es könne eine materielle Basis und Erklärung für die Tätigkeit des Nu geben. Nach seiner Argumentation hätte eine materielle Basis zur Folge, dass das Denken sowie die Sinne auf bestimmte Arten von Objekten und auf bestimmte räumliche Bereiche beschränkt wäre. Nichts Seindes wäre dann für den Nu unvorstellbar, zu entferntem hätte er allenfalls mittels einer materiellen Übertragung, mit der die Distanz überwunden wird, Zugang. Der Nu kann aber alles gleichermaßen denken, er agiert unabhängig von der Existenz oder der Distanz des Gedachten. Außerdem kann nichts Denkbares den Nu durch ein Übermaß schädigen oder zerstören, im Gegensatz zu den Sinnen, bei denen übermäßig starke Eindrücke Zerstörung anrichten. Wie Platon unterscheidet auch Aristoteles das zuverlässige nuethische Erfassen einzelner einfacher Sachverhalte, die Betätigung des Nu im engeren Sinne vom folgenden und vergleichenden Denken, das auf der möglicherweise irrigen Ableitung eines Gedankens aus einem anderen beruht und daher fehlbar ist. Prinzipien, die für eine wissenschaftliche Beweisführung vorausgesetzt werden müssen, aber selbst nicht deduktiv ableitbar sind, können nur auf noethischem Weg gewonnen werden. Diesen Vorgang hält Aristoteles aber nicht für intuitiv im Sinne einer platonischen Wesensschau, sondern deutet ihn empirisch als Ergebnis wiederholter Wahrnehmung. Aus mehreren Wahrnehmungen bildet sich eine Erinnerung. Mehrere Erinnerungen ermöglichen Verstehen, eine Mehrzahl von Erinnerungen führt zu einer bestimmten Erfahrung. Auf vielen Erfahrungen fußt die Prinzipien Erkenntnis. Eine wichtige Rolle spielt in der Philosophie des Aristoteles die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten des Nu, die für jeden menschlichen Denkvorgang benötigt werden. Eine Art ist der erleidende Nu, der affiziert wird, der nur Einwirkungen erfahren kann. Diesen passiven Nu hält Aristoteles für vergänglich. Ein andersartiger Nu ist der bewirkende. Nur der bewirkende Intellekt, der Nu im eigentlichen Sinn ist für Aristoteles ewig immateriell und autonom. Er überführt die Denkobjekte aus der Möglichkeit, denkbar zu sein, in die Wirklichkeit, Denkgegenstand zu sein. Der bewirkende Intellekt verhält sich zum Erleidenden wie das Licht zu den Farben, die es sichtbar macht. Er ist selbst von keinerlei Einwirkungen betroffen. Sein unablässiges Wirken ist für Aristoteles der höchste Zweck des menschlichen Daseins und zugleich die höchste Art Glückseligkeit, die der Mensch erreichen kann. Irrtümer, die beim Denken unterlaufen, sind darauf zurückzuführen, dass der erleidende Nu, der zu den vergänglichen Dingen gehört, Wie der Körper einem Zerstörungsprozess unterliegt Aristoteliker, die in der Antike als Peripathetiker bezeichneten Schüler des Aristoteles und späteren Anhänger des Aristotelismus setzten in der Nullere teils. Andere Akzente als er oder widersprachen seiner Auffassung. Theophrastos von Erisus, der Nachfolger des Aristoteles als Schulleiter, betonte, dass der mögliche Intellekt nicht reine Möglichkeit sei in dem Sinne, dass er schlechthin nichts ist, solange er nicht durch einen Gedanken in den Akt überführt wird. Vielmehr sei er auch als bloße Möglichkeit im selben Sinne real wie materielle Substrat. Theophrasts Nachfolger Stratton von Lems Akkos wandte sich gegen die strikte Trennung von Wahrnehmung und Denken. Er meinte, der Nu sei nicht erst für die Auswertung der Wahrnehmungen zuständig, sondern schon am Wahrnehmungsart maßgeblich beteiligt. Denn er sei es, der sieht und hört, indem er die Reizung der Sinnesorgane bemerkt. In der römischen Kaiserzeit setzte sich der einflussreiche Aristoteles-Kommentator Alexander von Aphrodisias mit der aristotelischen Vorstellung. Eines von außen in den Körper hereinkommenden Nu auseinander. Er meinte, dies könne nicht räumlich zu verstehen sein, sondern sei in übertragenem Sinn als Aktivierung des Denkpotenzials durch das Einsetzen eines Denkvorgangs aufzufassen. Da der Verstand keinen Ortswechsel durchführe, Alexander nahm eine Dreiteilung des Nu vor, indem er die erleidende Seite teilte. Dem bewirkenden Nu stellte er einen potenziellen und einen habituellen gegenüber. Der potenzielle Nu ist potenziell in der Lage, die Denkobjekte zu erfassen, doch verwirklicht er von sich aus diese Denkmöglichkeit nicht. Nach Alexanders Lehre ist er materieartig, er ist reine Potenz. Unter dem Einfluss des Bewirkenden geht er in den habituellen oder erworbenen über. Der habituelle Intellekt ist derjenige, der bereits intelligible Formen aufgenommen hat, sodass Wissen vorhanden ist. Die spätantiken Aristoteles-Kommentatoren, die mit Ausnahme von Demiscius Neu-Platoniker waren, vermischten in ihrer Nu und Seelenlehre platonisches mit aristotelischem Gedankengut. Demiscius, ein neu-platonisch beeinflusster Aristoteliker des 4. Jahrhunderts, vertrat ein aristotelisches Konzept mit neu-platonischen Elementen. Wie Alexander von Aphrodisias unterschied er drei Arten von Nu. Er meinte, der mögliche Nu sei nicht mit dem Körper vermischt. Er könne ebenso wie der bewirkende Nu vom Körper abgetrennt werden, beide seien unvergänglich. Aber nicht im Sinne von Fortexistenz eines Individualitätsbewusstseins nach dem Tode, denn beide seien überindividuell. Daneben gäbe es noch einen dritten erleidenden Nu, der untrennbar mit dem Körper verbunden und somit vergänglich sei, auf ihm beruhe das Individualitätsbewusstsein. Der erleidende Nu sei für das Gedächtnis, die Gemütsbewegungen und das diskursive Denken zuständig. Manche spätantike Kommentatoren identifizierten den erleidenden Nu mit der Vorstellungskraft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017